Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Peter, was machst du hier? Ich dachte, du weißt nicht, wo ich wohne. Hä? Aber du hast doch vor ein paar Minuten geschrieben, dass du nicht weißt, wo ich wohne. Oh Mist, sie haben mir herausgefunden, dass ich mich in ihren Computer gankt habe. Okay, dann geht es lieber mal nach Hause. Es ist schon dunkel. Okay, und ich sage es lieber mal meiner Mutter. Sie aliminiert die Polizei. Oh, die Polizei. Ich bin raus aus der Sache. Das war ein Hacker? Ach, ich glaube es nicht. Das war's. Okay. Vielen Dank.